Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier an dieser Stelle sei kurz erklärt, wie der Download aus dem Google-Ordner durchzuführen ist, damit man die Kursdateien, die man für den DVT-Fachkundekurs braucht, dann letztendlich auf dem eigenen Laptop dann liegen hat. Für manche einen ist das nicht so einfach, deswegen sei das hier kurz erklärt. Grundsätzlich kriegt man also von mir, nachdem man sich für den Kurs angemeldet hat, eine E-Mail, in der ein entsprechender Kurslink vermerkt ist. Dieser Kurslink hier an dieser Stelle führt zu einem Google-Ordner, in dem die Kursdateien für den freien Download dann liegen. Diesen Kurslink muss man kennen, damit man in den Ordner reinkommt und dieser Kurslink ist nicht für jeden im Internet sichtbar. Ich gehe also jetzt hier in meine E-Mail hinein, angenommen, das sei jetzt hier die E-Mail, dann markiere ich mit der linken Maustaste einmal komplett diesen Link, gehe auf die rechte Maustaste und sage einmal kopieren. Ich schließe die E-Mail wieder und dann starte ich meinen entsprechenden Browser. Das ist hier der Google Chrome und Google Chrome macht dann meine Standard-Internetseite auf. Ich lösche kurz, was hier oben im Browser-Navigationsfenster in der Navigationszeile steht, gehe mit der rechten Maustaste wieder auf die Zeile, drücke die rechte Maustaste und sage Einfügen und Fortfahren und damit springe ich dann, nachdem hier aus dem Arbeitsspeicher dieser Link eingetragen worden ist, dann in den entsprechenden Google-Ordner. So, wir sehen jetzt den Google-Ordner, wie er ausschaut. Das ist die Ansicht, die jeder letztendlich hat, der diesen Google-Ordner dann aufruft. Es könnte sein, dass sich in ihrem Zwischenspeicher von Google Cookies befinden, beziehungsweise vermerke, die es nicht ermöglicht, dass man sofort in diesen Ordner hier hineinspringt. Dann verlangt Google von Ihnen vorerst eine Anmeldung, dass Sie sich bei Google anmelden, damit an der Stelle Google weiß, wer denn da herein möchte. Bitte löschen Sie Ihren Zwischenspeicher. Das machen Sie so, indem Sie hier rechts oben in Google Chrome zum Beispiel auf die Einstellungen gehen und dann die Browser-Daten löschen. Man muss hier auf die erweiterten Einstellungen gehen und die Browser-Daten löschen, die sich der Browser, also der Internet Explorer meinetwegen oder Google Chrome in diesem Falle oder meinetwegen auch der Mozilla Firefox dann gemerkt hat. Das heißt, wenn Sie nicht sofort in diesen Ordner hereinspringen und den Download sehen, schauen Sie, dass Sie Ihren Zwischenspeicher des Internet Explorers, des Mozilla Firefox oder des Google Chromes löschen, damit Sie an der Stelle an der richtigen Stelle sind. Nun, einmal hier angekommen, sehen Sie hier links dieses Symbol. Das ist also eine gepackte Datei, die heißt mein erster Befund .zip. Das ist eine zip-Datei, eine komprimierte Datei zum Download. Damit der Download ein bisschen schneller wird, wird die Datei also komprimiert. Und wenn wir hier links einmal ganz kurz mit der linken Maustaste auf diesen Ordner draufklicken, sehen wir die Struktur innerhalb dieser zip-Datei. Innerhalb dieser zip-Datei liegt ein weiterer Ordner, der heißt also mein erster Befund und wenn ich darauf klicke, erkenne ich die weiteren Unterordner. Das bringt mich jetzt an der Stelle aber nicht weiter, denn ich möchte ja den Download starten und um den Download zu starten, kann ich also über diesem Symbol hier schweben und muss hier links oben auf diesen kleinen, anfangs versteckten Pfeil drücken, damit der Download startet. Hier an dieser Stelle sehe ich jetzt, dass Google mir mitteilt, dass ein Virenscan für den Download nicht möglich ist. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn Sie dürfen sicher sein, dass meine Dateien hier an der Stelle keine Viren enthalten und Ihr eigener Scanner auf Ihrem lokalen PC wird er sicherlich auch nochmal drüber scannen. Also Sie gehen dann hier auf Trotzdem herunterladen und laden damit die gesamte Datei herunter. Diese gesamte Datei müssen Sie später noch auspacken, am besten machen Sie das mit einem spezialisierten Endpack-Programm. Das ist das Programm 7-Zip, was ich auch noch innerhalb der Dentaltutorial-Videos entsprechend erklären werde. Sollten Sie diese Ansicht hier nicht Vorsicht haben, dann klicken Sie hier rechts oben mal kurz auf diesen Button. Es kann durchaus sein, dass Sie diese Listenansicht hier sehen. Diese Listenansicht ist so gestaltet, dass man an der Stelle hier auf Herunterladen auf der rechten Seite drücken muss, damit der Download läuft. Dummerweise sieht man dieses Symbol nicht, wenn die Maus nicht gerade darüber schwebt, ist das ein bisschen komisch gemacht. Aber an der Stelle sollte das kein Problem sein, diesen kompletten Download durchzuführen und dann die entsprechenden Dateien auf dem eigenen Desktop liegen zu haben. Wenn Sie das nicht so eingestellt haben, dass Ihre Dateien auf Ihrem Desktop landen, Ihre Download-Dateien, dann schauen Sie mal bitte in den Ordner Ihres Users hinein, unter dessen Namen Sie angemeldet sind. Das ist in diesem Fall hier der User-DVT-Kurs. Das ist der Anmeldename unter Windows. Diesen Anmeldenamen sollten Sie das nicht in dieser Art und Weise hier vor sich haben. Das können Sie auch finden, indem Sie hier auf diesen Knopf drücken und dann letztendlich Ihren User an der Stelle einfach mal aufsuchen und entsprechend hier links zum Beispiel auf die Downloads gehen. Das ist unter Windows 10 so üblich. Unter Windows 7 ist das etwas anders installiert. Schauen Sie ganz einfach unter Ihrem Username im Ordner Downloads nach. Wenn Sie schon mal ein Download gemacht haben, sollte das eigentlich kein weiteres Problem sein. Das ist eine Art und Weise.